Guten Morgen Leute, ich habe mich gar nicht richtig bei euch gemeldet. Ich war im Schädler Songwriting Wintercamp und es war einfach ein Traum. Wir haben so viele tolle Nummern geschrieben, jetzt kommt man ganz kurz an. Ist das nicht schön? So sieht es hier aus. Ja, ich möchte mich einfach kurz bedanken, also wirklich einfach wieder toll organisiert. Ich war das zweite Mal mit dabei. Vier Songs kamen jetzt bei rum und ich werde euch dann auf jeden Fall ein paar zeigen und es ist wahnsinnig, wahnsinnig rausgekommen. Das ist super und jetzt bin ich wirklich durch. Ich war ja schon irgendwie so ein bisschen über Weihnachten, war ich irgendwie krank. Da wussten wir noch nicht ganz weg, aber ich konnte super singen, aber jetzt lege ich mich zu Hause einfach mal drei Tage hin und mache glaube ich nichts, weil es war schon heavy, aus so tollen Leuten kennengelernt. Es ist, wenn man weiß, Leute, die dieselbe Leidenschaft haben, man kann sich das so vorstellen, auch die Leute... ...